3 2 1 dann erst mal herzlich willkommen zum neuen format black ink evolved im koop modus diesmal und bonus städtisches umfeld das wäre was für dich ich habe ich habe ich auch drin also beide für arm und für reich nimm du pharmophobe und ich gehe pharmophil und dann nimm das frigophob raus dafür ok dann nehme ich das wie kann ich das wieder raus bearbeiten du bist zu spät ja du pop so oder ja genau passt dann gehe ich diesmal auf die reichen länder und du auf die armen heißen und du auf die reichen feuchten das klingt so verwehrs irgendwie ne ich gehe nur auf die reichen ich habe das feuchte das kante gar nicht drin ja gut aber wegen mir sind wir ready ich starte dann direkt in amerika oder so ich starte diesmal wirklich in nahe osten ich habe mich vorhin voll verklickt also ich starte in deutschland du startest in amerika nö ich starte in deutschland ja ich habe mir überlegt da komme ich besser in island und sowas ran ja ich habe im nahen osten jetzt gestartet ok erstmal hitzeresistenz bauen und staub ja deutschland ist auch so feucht matze ne ist ja als deutsches land ich weiß dass es als humi das land zählt mhm ich habe es auch gerade etwas anders gemeint achso pssst ja aber geht doch schon gut vorwärts bisher noch luft direkt dazu das wollte ich gerade machen kannst du ja trotzdem ne jetzt kostet es mehr achso ja upsie pssst 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 Okay, ich bin in der Türkei. Bin im Irak. Ja, dein Staat ist leichter. Dafür sind wir nicht. Deswegen nehme ich auch den Staat. Ich bin auch in Ägypten. Deutschland geht's halt immer noch so zäh vorwärts, obwohl ich schon... Ja, hast du schon ein Achtel. Ja. Na, eher ein Sechstel. Eher ein Zwanzigstel? Deutschland hat nur 8 Millionen. Ne, 80 Millionen, ne? Ja. Noch unter einem Zehntel. Jetzt hast du gleich ein Zehntel und dann soll's bergauf gehen. Ja. Also, nahe Osten ist eigentlich tot, wenn ich wollte. Übertragung... Das, so. Und gleich die Arzneimittelresistenz 2, damit's schneller geht. Na, ich hab die Umstrukturierungsvorbereitung schon mitgenommen. Damit ich nachher gleich auf genetische Umbildung gehen kann. Lass dich einfach nicht so früh erwischen, dann geht das schon. Jaaaa. Jaaaa. Symptome hab ich ja auch noch nix gebaut, Matze. Japan hab ich. Alles cool. Island hab ich. Nice. Island. Wo bin ich denn gerade? Mal kurz gucken. Ostafrika, Pakistan... Ich überholt. Türkei, Iran... Ja, abwarten. Ich hab dich schon überholt. Abwarten. Bei mir ploppt gerade ganz schön viel auf. Jetzt geht's in Afrika vorwärts. Deutschland 203 Millionen. Nice. Luft die zweite... So viel zu den 72 Millionen. Ja, ich bin jetzt auch in Russland. Aber jetzt hab ich dich wieder. In Russland komm ich halt nicht vorwärts. Oh, ich bin in Neuseeland diesmal. Sehr schön. Bin ich denn jetzt noch in Japan? In... Indien? Ja, ich fokus mich ja diesmal auf die reichen Länder. Ja, bei mir spreadet das irgendwie komplett gerade. Jetzt geh ich noch auf die urbanen Länder. Ich hab Kälte-Resistenz 2. Ich hab Hitze-Resistenz 2 schon. Okay, passt. Oh, 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 oh. Jetzt ploppt hier einiges auf gerade. Ich bin in Amerika drüben. Ich bin auch schon in Amerika drüben. Das begünstigt ja mein Wachstum. Jetzt bin ich in Italien, glaube ich. Du müsstest doch am Ende deutlich mehr haben, weil es viel mehr Arme gibt als Reiche. Definitiv. Ich bin in Australien gelandet. In Mexico. Nee. Zentralamerika will ich. Ich glaubst, dass du mich wieder gut abgehängt. Ich wagt halt, ich kontinuier mich und du. Ich bin in Kanada. Nice. Ich bin in Saudi-Arabien. Nice. Ich dachte, da hättest du schon alles. Ja, Saudi-Arabien hast du die letzten 20 oder so gekriegt. Drei hab ich. Ja. Ja. Gut Job. Ich bin jetzt auch in Island. Wir sollten unsere gegenseitige Infektiosität wieder hoch boosten. Wie war das? Erhöhnt die Infektiosität entwickeln Ich beide Ich konnte den zweiten nicht kaufen, weil du den schon wieder gekauft hattest Sorry Ja, ein Punkt fehlt mir dafür Alter, ich bin schon bei einer Mille Forschungsarbeit hat bekommen Milliarde meinst du? Milliarde Ja, das meine ich ja In Deutschland wird geforscht Und was denn? Äh, keine Ahnung Steht links Ah, du wurdest schon wieder entdeckt Wegen was denn überhaupt? Ich hab keine Wieso hab ich schon wieder ein fucking Symptom? Weil ich auch welche hab, die Wolfen von alleine Die Wolf Alter, ja okay, dann Gehen wir erstmal hier auf Genetische Umbildung Schau einfach, dass du möglichst viel tötest Vor allem in den heißen Ländern Ja, ist er dabei Siehst du gerade, wie es hier in Brasilien abgeht Wuhu Alter Vater Ich hab Island Äh, Grönland 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 Äh, Grönland Ich hab den Schnee-Eismann, äh, Weihnachtsmann Ich bin in Kanada gut vertreten Aber irgendwie rechts unten will noch nicht so Du siehst halt Amerika Ist voll von mir Und Amerika spread ich auch mittlerweile ganz okay Ich mach jetzt dir Tröpfchen auch noch mit Wo war das? Ich hab jetzt hitze Resistenz Ich hab mir jetzt mal die Fähigkeit geholt Letalität zu erhöhen Wenn du Argentinien und so weiter hast Ja, Argentinien ist gerade dabei Bolivien und Peru auch Neuginea wäre halt noch gut für dich Wir haben jetzt noch nicht Madagaskar und Neuginea Neuseeland, müsste ich noch hinkommen Das ist ein reiches Land, da hab ich nochmal Bonus Madagaskar ist halt ziemlich weit ab vorm Schuss Wie es in dem Lied schön heißt Wir lagen vor Madagaskar, ne? So Neuseeland muss halt auch langsam anziehen Ich muss jetzt auch blaue Bubbles killen Ich mach jetzt nochmal genetische Umbildung Okay Ah, ich bin in Madagaskar endlich gelandet Ich auch Jetzt fehlt uns noch Neuginea Da bist du Da bist du in Neuginea, okay So Ich hab 107 Punkte gerade über Ich bin bei 77 120, 121, 125 Ja, aber ich musste gerade gegen die Forschung arbeiten Naja, alles gut Alter, du überschreibst meine Krankheit gerade in ein paar Ländern Krass Was fehlt dir jetzt noch? Wir haben alle Länder, glaube ich Ja, aber irgendwie 170 Millionen fehlen uns noch Ich muss jetzt auf Letalität gehen Madze Mach das Ich bin noch nicht entdeckt Sehr schön Ich bin in den letzten Ländern, die du noch nicht wirklich voll hast Auf jeden Fall überall drin Ich schaue mal auf World, wo wir noch nicht so vertreten sind Ähm, warte Länder, Z Das wird gekillt Das wird gekillt Ich bin bei der Forschung bei 100% Kannst du mich, ich kann nicht irgendwie da was klauen oder so Oder mir was geben Du kannst, äh Mir Letalität geben Rechts, unten, das linke Ist ja eigentlich halt gerade schon wieder weg Ich erhöhe mal deine Komplexität noch Mhm Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe Keine Ahnung Ich bin halt immer noch nicht Doch, ich bin jetzt entdeckt Weil sie, sobald sie dich auslöschen, entdecken sie mich irgendwie Oh blaue Bumpels ist fuck Ja, ich hab dir schon geholfen beim Klicken Kannst du jetzt, äh, äh, deines Flugdings benutzen? Nee, das hab ich nicht freigeschaltet diesmal Aber das kann ich für dich machen, cool Das Problem ist halt, ich komme in den armen Ländern durch meine Gene nicht so wirklich voran Nicht so wie du Weiß nicht, wie du das immer schaffst Ich hab keine Ahnung Ich hab nix dergleichen ausgebildet Ja, das halt, ähm Und wo ich dann bei so 80, 90% war, hab ich dann natürlich die Tödlichkeit hochgeschraubt Du musst die Tödlichkeit schneller hochschrauben Schauen wir mal Symptome Hast du mir das angeklickt, danke Was? Akute Enzephalitis? Nee, ähm Das eine hast du angeklickt, glaub ich Die eine Bappe Achso, ja, das kann ich Das ist jetzt für uns beide anscheinend Ich hoffe, ich bin nicht zu tödlich geworden Ich hab halt ein massives Problem in den armen Ländern Da erhöhe ich dir schon mit Stückweise, aber es reicht halt nicht Und Fekziosität? Äh, ich bin bei der Übertragung mit den Nagetieren hab ich dir jetzt hochgeschraubt Die Vögel hab ich dir hochgeschraubt VermSE Peter Seine Töne 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 Ich bin halt einfach mal 80% schwerer zu heilen. Dann rauschtest du dermaßen hoch. Ich gebe eine Rei. Ich habe einen Applaus. Ich habe einen Applaus. Ich habe einen Applaus. Ich habe wirklich keine Ahnung, was bei mir die ganze Zeit falsch läuft. Ich muss einfach mal tödlich werden, damit wir eine hohe Zahl kriegen. Das ist eine 150% Letalität. Wie ist die noch bei Null? Plus 150% Letalitätsbonus beim töten. Welche bei dir von deiner Krankheit infiziert sind? Achso. Nee, ich bin tot. Normale Punkte ausgegeben. Naja, das war wohl nichts. Ich habe 20% immerhin gekillt. Yeah, ich habe 5% gekillt. Thermophobe habe ich jetzt. Ich habe es gerade alle weggeklickt, was ich gekriegt habe. Keine Ahnung. Scheiterten in 1015 Tagen die Welt auszulöschen. Ja, so gut sind wir. Naja, wir werden wahrscheinlich noch besser. Ich will es wohl hoffen, ne? Mhm. Na dann, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielleicht noch ein paar Tipps für den Chris? Definitiv ein paar Tipps für mich. Na dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.